Ja, einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum, wenn ich richtig zähle, dritten Abend im utopischen Raum. Wir waren schon sehr kollektiv, zu kollektiv kommen wir gleich, kollektiv begeistert, wie zahlreich Sie hier so kurz vor Weihnachten auftauchen. Vielen Dank schon mal dafür. Mein Name ist Stefan Hebel, ich bin Redakteur und Autor der Frankfurter Rundschau und insofern Kooperationspartner der Reihe der utopische Raum, genauso wie das Institut für Sozialforschung. Initiator ist die Stiftung Medico International, die das Ganze ins Leben gerufen hat, mit ihrem Sprecher Thomas Gebauer, der ist auch da. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute noch eine ganz spezielle Veranstaltung haben, aber ich möchte Ihnen noch ganz kurz was zu dieser Kooperation sagen. Ich habe es vor vier Wochen schon mal gesagt, aber da waren nicht alle da. Ich freue mich ganz besonders, als Vertreter eines etablierten Mediums hier stehen zu dürfen, denn der utopische Raum oder die utopischen Räume sind ja nicht unbedingt das, was man in unseren etablierten Medien erwartet. Ich war deshalb sehr glücklich, dass in Zeiten, da politischer Journalismus oft aus einer sehr verengten Perspektive, aus einer Ideologie des Pragmatismus betrieben wird, dass die Chefredaktion der Frankfurter Rundschau sofort nicht nur zufrieden, sondern auch begeistert war, als ich ihr vorgeschlagen habe, dass wir an dieser Veranstaltungsreihe, in der das Wort utopisch vorkommt, teilnehmen. Ich bin stolz und glücklich, dass wir mit der Medico Stiftung zusammen das machen dürfen und deshalb auch besonders glücklich, dass ich Sie heute hier begrüßen darf, rede aber gar nicht besonders lang. Wir haben das Wort Utopie bewusst gewählt, auch wenn es ja ein paar Marx-Engels-Kenner, werden es noch wissen, bei manchen in der Linken eine Zeit lang relativ verpönt war. Aber wenn wir von Utopie reden, dann sprechen wir von dem, was unsere heutigen Gäste das Morgen im Heute nennen. Das, was seine Wurzeln eigentlich schon in der heutigen Realität und in den Alternativen, die in ihr angelegt sind, findet. In den Bewegungen, in den Initiativen, die versuchen eine Welt, eine andere Welt, ein besseres Leben für alle, wie ihr beiden sagen würdet, schon vorzuleben, um einen Vorschein dessen zu zeigen, was eine andere Gesellschaft sein könnte. Und deshalb bin ich besonders froh, dass wir heute eine Vertreterin und einen Vertreter des ILA-Kollektivs begrüßen können, das auch so seine ganz eigene Entwicklung gemacht hat. Nämlich, man merkt schon am Namen, zuerst hieß das ILA-Kollektiv imperiale Lebensweise und Ausbeutungsverhältnisse, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Heute heißt das ILA-Kollektiv imperiale Lebensweise und solidarische Alternativen. Imperiale Lebensweise und solidarische Alternativen. Das heißt, es haben sich eine Menge von jungen Wissenschaftlerinnen oder angehenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gefunden, die versuchen, der imperialen Lebensweise, was sie darunter verstehen, werden Sie sicher gleich erklären, im Hier und Jetzt schon Alternativen entgegenzusetzen, die vielleicht eine andere, eine bessere, eine utopische Zukunft aufscheinen lassen. Um uns das zu erklären, haben wir eingeladen, und das muss ich jetzt vorlesen, der Vorname Nilda, das tut mir sehr leid, wurde in der Frankfurter Rundschau falsch geschrieben, ich bin unschuldig. Nilda, nicht etwa Nilka, Nilda Inkermann und ihre eigene Formulierung lautet, promoviert an der Uni Kassel zu sozial-ökologischer Transformation und Bildung und ist aktiv in der außerschulischen, kritisch-emanzipatorischen Bildungsarbeit. Und Simon Walch, auch seine eigenen Worte, studiert globale politische Ökonomie an der Universität Kassel. Er ist aktiv in der Klimagerechtigkeitsbewegung und angehender Obst- und Gemüsebauer. Soviel zur utopischen Praxis. Ich freue mich sehr, dass wir euch beide heute Abend hier haben. Der Abend wird so verlaufen, auch da ist es schon mal ganz gut, Jüngere zu haben. Nilda hat mir geschrieben, ach nee, wir machen das schon selbst. Du brauchst dich gar nicht mit aufs Podium zu setzen. Es wird eine Präsentation geben, die eine gute Stunde dauert. Und die beiden werden dann selbst die Diskussion mit Ihnen, mit euch moderieren. Und ich freue mich wahnsinnig auf Nilda und Simon. Vielen, vielen Dank. Heute ist ein guter Tag, habe ich beschlossen. Ich möchte nicht länger auf Kosten anderer leben. Ich habe mich dazu entschieden, dass mein Leben ab heute frei von Ausbeutung, von Umweltzerstörung und Ungerechtigkeit sein soll, sondern nachhaltig, fair und sozial verträglich. Dann bin ich losgegangen und habe mein Auto stehen gelassen, weil ich dachte, das gehört ja dazu. Dann ist mir aufgefallen, dass ich mit keinem der Busse, die da gerade fahren, rechtzeitig zur Arbeit komme. Und dann frage ich mich, ob der Bus überhaupt mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Meine Kinder beschweren sich am Frühstückstisch, dass es keine Kiwis gibt. Und dass ich es so lange brauche, um die Wurmlöcher aus dem Apfel zu pulen. Beim Blick auf meinen Pulli stelle ich fest, dass der höchstwahrscheinlich unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt wurde. Und dann endlich auf Arbeit angekommen, diskutiere ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen, warum ich es besser finde, Fairtrade-Kaffee zu trinken. Und später droht mir dann auch noch mein Chef mit der Kündigung, als ich ein Vier-Stunden-Arbeitsmodell vorschlage. Und die Energiegenossenschaft will mich nicht aufnehmen, weil ich nicht genug Eigenkapital mitbringen kann. Als ich dann mit meiner Mutter später diskutiere und vorschlage, dass wir doch einfach ein Wochenende in der Ostsee verbringen können, statt nach Portugal zu fliegen, sagt sie zu mir, naja, Simon, Bahnfahren ist doch teurer als Fliegen. Ich weiß gar nicht, was mit dir los ist. Das machen doch alle so. Das ist doch voll normal. Sie und wir kennen wahrscheinlich alle diese Situationen oder ähnliche. Diese Situationen führen uns vor Augen, wie schwierig es ist, in unserer Gesellschaft nicht auf Kosten anderer zu leben. Und genau darum soll es heute Abend gehen. Dazu begrüßen wir Sie ganz herzlich und freuen uns auf den Abend und die Zeit mit euch und Ihnen. Wir, das sind heute Abend Simon Weich und ich, Nilda Inkermann. Und wir sind Teil vom ILA-Kollektiv. Das ILA-Kollektiv, das wurde gerade schon angekündigt, setzt sich zusammen aus jungen Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen. Und wir haben in den letzten Jahren zusammen zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt Auf Kosten anderer und das andere heißt Das gute Leben für alle. Und uns ist es ganz wichtig, hier heute Abend nochmal zu betonen, dass auch wenn wir beide hier heute Abend auf der Bühne stehen, Sie sich eigentlich vorstellen müssen, dass hinter uns etwa 35 andere junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Aktivisten, Aktivistinnen stehen, mit denen wir die Inhalte der Bücher und das, was wir hier heute Abend vortragen werden und diskutieren werden, zusammen erdacht und geschrieben haben. Und das ist für uns ein zentraler Punkt unserer Arbeit, dass sie eben nicht einzeln alleine stattgefunden hat, sondern wirklich kollektiv in Diskussionen und Denkprozessen. Genau, bevor wir jetzt wirklich einsteigen in den Abend, bitte wundern Sie sich nicht, wenn wir teilweise das normale Vortragsformat mal verlassen und wir würden uns wünschen, wenn Sie sich einfach darauf einlassen und mal gucken, wie das so ist, Dinge mal anders zu machen. Was haben wir heute Abend vor? Wir möchten erst mal in das Konzept der Imperial-Lebensweise einführen, weil dies die Grundlage bildet für unsere Arbeit. Dann wollen wir uns den Gegenentwurf zur Imperial-Lebensweise, die solidarische Lebensweise angucken und dann noch die Frage stellen, wie wir denn da hingelangen zu dieser solidarischen Lebensweise, zu dieser Lebensweise, die ein gutes Leben für alle sein könnte. Also dann, lassen Sie uns anfangen. Wir wollen Ihnen zunächst erstmal eine Frage stellen. Wissen Sie noch, wo Sie waren, als Sie den Nachricht vom Einsturz des World Trade Centers am 11. September 2001 bekommen haben? An welchem Ort und in welchem Kontext haben Sie sich befunden? Wenn Sie das noch wissen, stehen Sie bitte auf. Das haben wir vermutet. Bleiben Sie bitte stehen. Wir haben vermutet, dass bei dieser Frage wahrscheinlich nahezu alle stehen. Alle, die gerade noch nicht stehen, würden wir bitten, jetzt einmal auch aufzustehen. Denn wir haben noch eine Frage. Wissen Sie noch, wo Sie waren, als Sie die Nachricht bekommen haben, dass der Permafrostboden anfängt zu tauen? Wenn ja, bleiben Sie bitte stehen. Wenn nein, setzen Sie sich bitte hin. Auch das haben wir auf eine Art vermutet. Alle, die jetzt noch stehen, dürfen sich hinsetzen. Und jetzt bitte ich noch mal alle, sich hinzustellen. Oder? Die letzte Frage lautet, wissen Sie noch, wo Sie waren, als Sie die Nachricht bekommen haben, dass die Regenwälder brennen? Wenn ja, setzen Sie sich bitte hin. Wenn nein, bleiben Sie stehen. Okay. Ich habe hier gerade einen kleinen Fehler gemacht. Alle, die es nicht mehr wissen, sollten eigentlich sitzen. Aber setzen Sie sich einfach alle jetzt hin. Warum stellen wir diese Fragen? Was wir daran zeigen möchten, ist, für viele Menschen im globalen Norden ist die Zeit nach dem 9.11. eine andere. Eine andere als vor dem 9.11.2001. Und der 9.11. wird als zeitgeschichtliches Ereignis erinnert, von einschneidender Bedeutung. In Bezug auf die weitreichenden Konsequenzen der auftauenden Permafrostböden und der brennenden Regenwalder, könnten wir vermuten, dass diese Ereignisse in gleicher Weise wie der 9.11. bewertet und erinnert werden würden. Entschuldigung. 9.11. Ich habe das falsch aufgeschrieben hier. Das ist das amerikanische 9.11. Aber wir wissen alle, wovon die Rede ist. Also wir sollten eigentlich vermuten, dass die Ereignisse wie die auftauenden Permafrostböden und die brennenden Regenwälder ähnlich oder gleich wie 9.11 bewertet und erinnert werden würden, da sie ähnliche oder weitreichendere Einwirkungen auf unseren Lebensalltag haben. Und genau das ist irgendwie so ein bisschen das Paradoxe an der gegenwärtigen Situation und was auch die Ausgangsgrundlage für die Arbeit am Konzept der imperialen Lebensweise bildet. Wir sind umgeben von sozialen und ökologischen Krisen, tauernde Permafrostböden und brennende Regenwälder. Das sind da nur zwei bekanntere Beispiele. Es gibt noch viel mehr, die sich auf vielfältigen gesellschaftlichen Ebenen manifestieren. Also egal, ob jetzt über explodierende Mieten, den Klimawandel, das Artensterben, Flucht und Vertreibung, den Pflegenotstand oder Meere aus Plastik sprechen. Den meisten von uns sind diese Themen auch irgendwie bekannt. Und doch scheint sich doch im globalen Norden irgendwie nicht so richtig was zu ändern. Die Dinge gehen wie gewohnt ihren Lauf, die gesellschaftlichen Verhältnisse sind stabil und grundlegende Veränderungen bleiben aus. Zwar gibt es Bestrebungen und durchaus sehr viel Betriebsamkeit auf politischer Ebene, um die bestehenden Krisen zu bearbeiten. Das zeigt sich unter anderem an den regelmäßig stattfindenden internationalen Klimagipfeln. Aber wie wir jetzt alle, also es ist ja sehr aktuell, an dem Beispiel von dem COP in Madrid sehen, kommt dabei nichts rum. Warum? Die Veränderungen, von denen immer mehr Leute eigentlich wissen, dass wir sie brauchen, bleiben aus. Es ist weiterhin Business as usual. Und dazu hat der Journalist David Wallace-Wells die spannende Beobachtung gemacht, dass wir feststellen müssen, dass wir unserer Mitwelt mehr Schaden zugefügt haben, seit die Vereinten Nationen 1992 die Klimagipfel ins Leben gerufen haben, als in den vorausgehenden Jahrhunderten. Wir haben unserer Mitwelt also wissentlich mehr Schaden zugefügt, als wir es jemals ohne Bewusstsein um schädliche Verhalten getan haben. Dieses Paradox ist Ausgangspunkt des Konzeptes der imperialen Lebensweise, das auf die Politikwissenschaftler Markus Wissens und Ulrich Brand zurückgeht und das die Grundlage für den Entwurf der solidarischen Lebensweise und unserer Arbeit bildet. Ich möchte jetzt im Folgenden kurz erläutern, wodurch die imperiale Lebensweise gekennzeichnet ist, um dann im Folgenden daraus die solidarische ableiten zu können. Zunächst erstmal, wodurch ist die imperiale Lebensweise gekennzeichnet? Und Sie sehen hier im Inneren die imperiale Lebensweise und wenn ich auch im Folgenden von der imperialen Lebensweise spreche, spreche ich eigentlich immer von der imperialen Lebens- und Produktionsweise, also dem Zusammenhang von einer Lebensweise, die aber ganz deutlich mit einer globalen Produktionsweise verknüpft ist und nicht davon zu trennen ist. Dann sehen wir außenrum die verschiedenen Logiken oder Charakteristika, durch die die imperiale Lebensweise gekennzeichnet ist. Und das ist zum einen Ausbeutung. Ausbeutung nicht nur von Arbeitern und Arbeiterinnen, sondern auch von der Biosphäre, der Mitwelt, der Umwelt. Auf Arbeit, auf Arbeiterinnen wird gerade im Kontext globaler Produktionsverhältnissen zugegriffen. Oft sind gerade Alltagsgegenstände wie unser Smartphone oder auch unser Auto, Nahrungsmittel unter prekären Arbeitsbedingungen hergestellt. Und gleichzeitig greift die imperiale Lebensweise immer auf Ressourcen, auf Natur zu, um Produkte herstellen zu können. Und dabei ist es ganz zentral, dass eine Trennung zwischen Natur und Menschen aufrechterhalten wird, wo ein Zugriff auf Natur grundlegender Bestandteil dieser Lebens- und Produktionsweise ist. Ein zweites Charakteristikum der imperialen Lebensweise ist die Auslagerung von Kosten. Unsere Lebens- und Produktionsweise geht mit Kosten einher, die einerseits in Zeit anfallen, also in der Zukunft, und andererseits in Räumen. Wenn wir uns überlegen, wo zum Beispiel Elektroschrott hingeschifft wird, ist es meistens der globale Süden, gerade afrikanische Länder, in denen Mülldeponien bestehen, auf denen oft auch Kinder versuchen, noch rentable Teile aus den Altgeräten zu fischen, um davon zu leben. Also hier dran sehen wir, es findet eine Auslagerung von Kosten in andere Räume, vor allem in den globalen Süden, statt. Gleichzeitig findet eine Auslagerung von Kosten in Zeit statt. Also es geht darum, dass viele Alltagsprodukte von uns mit Ressourcen und auch CO2-Verbrauch zum Beispiel einhergehen, deren Effekte nicht in dem Moment spürbar sind, wo sie ausgestoßen werden, sondern oft erst in der Zukunft. Also die Menschen, die sozusagen die Kosten verursachen, tragen sie nicht gleichzeitig. Dann ist ein weiteres Charakteristikum der imperialen Lebensweise die Exklusivität. Also es ist eine Lebensweise, die nicht verallgemeinerbar ist. Erstens, weil wir auf einem Planeten leben, wo Ressourcen endlich sind. Und zweitens, weil die imperiale Lebensweise immer ein Außen braucht, auf das es zugreifen kann. Billige Arbeitskräfte, Natur. Und wenn wir versuchen würden, diese Lebensweise zu verallgemeinern, gäbe es kein Außen mehr. Deswegen ist sie exklusiv. Gleichzeitig, und das ist das Paradox daran, breitet die imperiale Lebensweise sich aber aus. Sie ist eine Lebensweise, die attraktiv ist, die sich ausbreitet, nicht nur auf mehr und mehr Weltregionen oder in immer mehr Bevölkerungsschichten, sondern auch in verschiedene Gesellschaftsbereiche. Dass zum Beispiel im Gesundheitsbereich die Logiken der imperialen Lebensweise immer deutlicher werden und zunehmen. Und wir das auch in anderen Kontexten beobachten können, dass sie sich intensiviert. Und auch in Bezug auf zum Beispiel die Produktnutzung von beispielsweise Smartphones. Es verkürzen sich die Nutzungszeiträume von Geräten. Alle zwei Jahre neuer Vertrag, neues Handy. Und das ist auch damit gemeint, wenn wir davon sprechen, dass die imperiale Lebensweise dadurch charakterisiert ist, dass sie sich ausbreitet und intensiviert. Nun haben wir eine Frage an Sie und euch. Und zwar, sprechen Sie doch einfach mal die nächsten zwei, drei, vier, fünf Minuten mit Ihrer Nachbarin, mit Ihrem Nachbarn, zu zweit, zu dritt, über die Frage, wann hast du, haben Sie das letzte Mal etwas gemacht, in dem Wissen, dass es sich innerhalb der beschriebenen imperialen Logik befindet. Okay, dann sprechen Sie noch den letzten Satz zu Ende. Das, was ich gerade an der Grafik gezeigt habe und das, worüber Sie vermutlich gerade gesprochen haben, ist nichts Neues. Also wir wissen, wie problematisch Produkte hergestellt werden und was für Krisen damit verbunden sind. Deshalb nun die Frage, warum ändert sich eigentlich nichts, trotz des Wissens um die Krisenhaftigkeit dieser Produktions- und Lebensweise? Warum ändert sich nichts? Auch darauf versucht es, das Konzept der imperialen Lebensweise eine Antwort zu geben. Hier im unteren Teil der Grafik sehen wir, wodurch die imperiale Lebensweise stabilisiert wird. Warum es also so schwer ist, etwas zu ändern? Und ein zentraler Aspekt der imperialen Lebensweise und der Stabilisierung dieser ist Alltag. Wünsche, Wissen, also das, was wir in unserem Alltag tun und wie das mit dem oberen Teil der Grafik verbunden ist. An einem Beispiel, ich denke, also vielleicht in diesem Raum nicht alle, aber zumindest ist das Smartphone ein Gegenstand, der aus vielerlei Leben nicht mehr wegzudenken ist. Es ist ein Gegenstand, der unseren, zumindest meinen Alltag, sehr prägt. Es ist nicht nur mein Telefon, sondern auch mein Wecker. Ich rufe darüber eben meine E-Mails ab. Es ist ein Gerät geworden, das aus meinem Alltag nicht mehr wegzudenken ist und das ganz viele soziale Beziehungen und auch andere, also nicht nur soziale Beziehungen, sondern auch Arbeitsbeziehungen strukturiert. Und mit diesem Gerät ist nicht nur eine Kommunikations- oder sich in Verbindung setzen, Ebene verbunden, sondern auch eine Ebene der Teilhabe generell. Also wenn ich das in der Schublade liegen lassen würde, würde ich schwerer schwerer an Alltag, an sozialen Beziehungen teilhaben können. Und verbunden damit ist eben auch die Vorstellung von Flexibilität, Spontanität, mal schnell bei Wikipedia noch irgendwas nachgucken, also ganz viel, was in meinem Alltag eine Rolle spielt, ist über dieses Gerät, funktioniert über dieses Gerät. Neben Alltagspraktiken spielt für die Stabilisierung der imperialen Lebensweise auch die materielle Infrastruktur eine zentrale Rolle. Welche Infrastruktur bringt welches Verhalten hervor und verunmöglicht vielleicht auch bestimmtes Verhalten? Der Ausbau von 5G ist ein Beispiel dafür, wie die Nutzung von zum Beispiel Smartphones eigentlich gestärkt wird. Also der Ausbau dieser Infrastruktur stützt ein bestimmtes Verhalten, was problematisch ist oder mit diesen Logiken der imperialen Lebensweise zusammenhängt. Also bestimmte Infrastrukturen ermöglichen und verunmöglichen bestimmte Verhaltensweisen. Und das ist ein ganz zentraler Bestandteil der Stabilisierung der imperialen Lebensweise, weil das sozusagen eine relationale Verbindung ist zwischen Alltagspraktiken und Infrastrukturen. Also bestimmte Praktiken stützen bestimmte Infrastrukturen, dann werden diese ausgebaut und diese stützen dann wieder bestimmtes Verhalten. Also das ist so eine relationale Verbindung. Und gleichzeitig spielen Institutionen und politische Entscheidungen eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung und Verankerung der imperialen Lebensweise. Denn der Ausbau von 5G wird von der Politik entschieden. Also das ist eine politische Entscheidung, wodurch eine bestimmte Infrastruktur und damit auch bestimmtes Verhalten gestützt wird. Dann sehen Sie da noch einen extra Teil, der heißt Scheinlösung. Wir sprechen da von Scheinlösung, weil Teil der imperialen Lebensweise ist schon das Erkennen von Krisen, das Aufkommen von Missständen. Und es wird versucht, darauf zu reagieren. Aber die Frage, wie darauf reagiert wird, nennen wir Scheinlösung. Weil wenn wir uns angucken, die Debatte jetzt beispielsweise um E-Mobilität. Wenn wir jetzt alle E-Autos fahren, ist das zwar eine Lösung für die CO2-Problematik, aber letztendlich steigen wir aus diesem oberen Kreislauf nicht aus. Sondern verrutschen einfach nur die Ressource, die wir verwenden. Also das Konzept Individualverkehr wird nicht in Frage gestellt, sondern einfach es wird auf eine andere Ressource zugegriffen. Und das können wir auf ziemlich viele Politiken anwenden, die momentan diskutiert werden. Sowas wie zum Beispiel auch das Dichtmachen der Außengrenzen im Kontext der Migration. Das steigt aus dieser Logik nicht aus. Das ist eine Lösung, eine Scheinlösung für aufkommende Probleme. Das Konzept der imperialen Lebensweise macht deutlich oder erklärt nicht nur, warum wir auf Kosten anderer leben, sondern warum sich an den bestehenden Verhältnissen auch so wenig ändert. Also diese mentalen und die materialen Infrastrukturen und die politischen Akteure und Institutionen, die hinter diesen Infrastrukturen stehen, stützen diese. Jetzt ist es so, also gleichzeitig stellt das Konzept, man macht das Konzept deutlich, inwiefern diese strukturelle Ebene mit unseren Alltagen verbunden ist. Und wir wissen irgendwie alle auch, dass wir von dieser imperialen Lebensweise in einer gewissen Weise, also hier in den Zentren des globalen Nordens profitieren und dennoch werfen wir als ILA-Kollektiv um als Beginn der Kritik daran so ein bisschen die Frage aus, ist es wirklich so, dass wir als verhältnismäßig Privilegierte, dass es uns in diesem System wirklich gut geht und dabei geht es um die Frage, dass auch hier bei uns die imperialen Lebensweise in einer anderen Verhältnismäßigkeit negative Konsequenzen nach sich zieht. Da geht es um Schönheitswahn und Leistungsdruck, um Beschleunigung und Konkurrenzdenken, um Stress, Depression, Burnout, um Psychopharmaka, die Angst vor Einsamkeit, um toxische Substanzen in Lebensmitteln, in Kleidung und vielen unserer Antagsgegenständen, um Luft- und Lärmverschmutzung und so weiter. Also auch die Liste, die wir alle kennen. Und das ist für uns so ein bisschen der Einstiegspunkt zu sagen, nicht nur aus einer globalen Perspektive besteht die Notwendigkeit, Dinge zu verändern, sondern auch wir hier im globalen Norden hängen vielleicht an etwas merkwürdigen Vorstellungen von einem guten Leben nach und vielleicht könnten wir die mal grundlegend hinterfragen und genau das ist das, was wir in unserem zweiten Buch gemacht haben, wo es nämlich um das gute Leben für alle geht. Also da haben wir uns nämlich mit der Frage befasst, wie könnte sowas aussehen? Was gibt es bereits an Modellprojekten, die andere Logiken als die der beschriebenen imperialen Lebensweise enthalten und haben versucht, das zusammenzutragen? Und eine der Schritte, die wir gemacht haben, war, uns diese verschiedenen Alternativprojekte genauer anzuschauen im Hinblick auf die Frage, ob wir aus diesen ganz vielen kleinen Alternativen schon vielleicht irgendwie Prinzipien rauskristallisieren könnten, die als Leitplanken, als Orientierungsmarken auf dem Weg in eine andere Zukunft, in eine solidarische Lebensweise dienen könnten. Und mit solidarischer Lebensweise meinen wir eben eine Gesellschaft, in der Menschen nicht länger gezwungen sind, auf Kosten anderer zu leben, also auf Kosten anderer Menschen, auf Kosten künftiger Generationen und auf Kosten der Biosphäre. Und im Folgenden werde ich euch mal vorstellen, welche Prinzipien wir als das ILA-Kollektiv da rausgearbeitet haben und so ein bisschen, wenn ihr die alte Grafik noch so vor Augen habt, das so von weiteren Vorgehen ist es so, also oben waren die Logiken der imperialen Lebensweise und unten die Strukturen, auf denen das verankert war. Was wir machen, was ich jetzt mache, ist so ein bisschen zu gucken, was müssten wir sozusagen oben inhaltlich anderes reinpacken und die Frage der Transformationsstrategien beschäftigt sich dann, wie kriegen wir aus den bestehenden Verankerungen, also den Materiellen, den mentalen Infrastrukturen und den politischen Institutionen, das alte raus und das neue rein. Das ist dann aber der zweite Schritt. Jetzt stelle ich euch erstmal vor, was denn diese Prinzipien sind. Nur, um das nochmal zu betonen, die haben wir nicht uns ausgedacht oder so, sondern wir haben uns ganz viele soziale Bewegungen und Projekte angeschaut und versucht, das, was die da zu machen, ein bisschen zu abstrahieren. Genau, also wir knüpfen da an an Bewegungen und an Bewegungsforderungen, die zum Teil schon sehr alt sind und vielleicht in manchen von Ihnen auch schon ein Begriff. Okay, los geht's. Genau, ich gehe das nicht der Reihe nach durch, aber ich fange mal mit dem rechts oben an. Das erste Prinzip ist das Commoning, das Englische. Im Deutsch würde man sagen, das Gemeinsame Erschaffen, Pflegen und Nutzen von Gemeingütern. Anstatt Privateigentum, Profitorientierung und unbegrenzten Verfügungsrechten stehen bei Gemeingütern die bedarfsgerechte Nutzung und damit auch die Frage nach menschlichen Grundbedürfnissen im Vordergrund. Außerdem der langfristige Erhalt des Gemeinguts. Der genaue Umgang mit dem Gemeingut, das kann ein Stück Wald, ein Wohnhaus, eine Internetplattform oder eine Kommenslizenz für Saatgut sein, wird in demokratischen Prozessen ausgehandelt, in denen Menschen auch eine andere Form von selbst erfahren. Sie sind nicht länger nur passive KonsumentInnen, sondern sie sind aktive MitgestalterInnen. Sie übernehmen Verantwortung für sich, für andere Menschen und ihre Mitwelt und sie haben Teil an deren Ausgestaltung. Und die zentrale Frage, die sich unserer Meinung nach aus dem Prinzip des Commoning ergibt, ist, wie können möglichst viele gesellschaftliche Teilbereiche als Gemeingüter organisiert und gesichert werden. Damit einher geht das zweite Prinzip der Demokratisierung, also ich bin nicht so gut egal, Demokratisierung. Hierbei geht es um die Forderung, dass alle Menschen die reale und nicht nur formale Möglichkeit haben sollen, über Belange mitzuentscheiden, die sie betreffen. Und wir verstehen Demokratisierung als eine Form gesellschaftlicher Ermächtigungsstrategie, in der die Kontrolle über die materiellen Infrastrukturen unserer Gesellschaft und über politische und wirtschaftliche Entscheidungen eben demokratischer Kontrolle unterworfen sein sollen. Dabei geht es auch darum, Menschen die Teilhabe an solchen Prozessen zu ermöglichen. Wir sprechen da von materieller und sozialer Sicherheit, von zeitlichen und emotionalen Kapazitäten, von kommunikativen Fähigkeiten und Bildung. Wichtig ist uns zu betonen, dass es in dem Kontext nicht um so ein Konzept liberaler Demokratie geht, in dem wir alle vier Jahre wählen dürfen, sondern um einen radikalen Prozess der Demokratisierung, der nicht wie gegenwärtig die Wirtschaft und die Finanzwelt ausklammert. Hier werden nämlich, das wissen Sie mindestens genauso gut wie ich, die Entscheidung darüber, was unter welchen Bedingungen hergestellt, wird quasi autoritär getroffen. Und die Frage, die sich aus dem Prinzip der Demokratisierung ergibt, lautet, wir können möglichst viele gesellschaftliche Teilbereiche, auch und besonders des Wirtschafts- und Finanzwesen, demokratisiert werden und wir können Menschen zu demokratischer Teilhabe befähigt werden. Dann kommt ein Doppel, zwei zusammenhängende Prinzipien, die unter dem Sorgelogik da links zusammengefasst sind, die ein bisschen komplexer sind und da möchte ich ein bisschen mehr drauf eingehen. Unsere Meinung nach sollte es in der solidarischen Lebensweise darum gehen, Leben zu erhalten und zur Entfaltung zu bringen, Teilhabe zu ermöglichen und grundlegende menschliche Bedürfnisse zu verwirklichen, ohne dabei andere auszubeuten. Wir nennen das die Logik der Sorge und an ihr sollte die solidarische Lebensweise ausgerichtet werden. Das Problem in Bezug darauf ist, dass in der Gegenwart viele Tätigkeiten, die Gemeinden als produktiv gelten und sehr angesehen sind, zu diesem guten Leben eigentlich nichts mehr beitragen. Also ein bisschen provokant gefragt, welchen Beitrag zu einem guten Leben leistet ein Ingenieur, der noch schnellere Autos konstruiert. Während gleichzeitig viele reproduktive Tätigkeiten, die uns genau das ermöglichen, also da geht es um die Beziehungspflege, das sich kümmern um andere Menschen, um sich selbst, die Versorgung mit Essen und das Waschen, das Kochen, das Putzen, gesellschaftlich unsichtbar sind, oder gar nicht oder deutlich geringer gewertschätzt werden, als das, was generell produktiv ist. Und anstatt auf Profit ist die Logik der Sorge, an den Moment, soll ich jetzt bitte gesprungen, das Problem ist, dass in der imperialen Lebensweise die Tätigkeiten an der Profitlogik ausgerichtet sind, was zur Folge hat, dass alle Tätigkeiten, die nicht gewinnbringend sind, als unproduktiv verachtet und ausgelagert werden. Auf Frauen, auf Migrantinnen, auf Menschen im globalen Süden, auf Natur. Wer räumt den Müll weg? Wer kümmert sich um Kinder, um alte Menschen, um kranke Menschen? Wer säubert das verseuchte Trinkwasser? Anstatt auf Profit, wie in der imperialen Lebensweise, ist die Logik der Sorge konsequent auf grundlegende menschliche Bedürfnisse ausgerichtet. In der Logik der Sorge werden wir Menschen als Bedürftige, als verletzliche Wesen sichtbar, die grundlegend aufeinander und auf andere angewiesen sind. Sie legt das Augenmerk auf Beziehungen, in die wir eingebettet sind und in denen wir teilnehmen und teilhaben. Wir können und darin realisieren wir, dass wir nur mit und durch andere unsere grundlegenden menschlichen Bedürfnisse verwirklichen können. Deshalb sprechen wir in dem Kontext auch von Reproduktion. Um diesen Wunsch deutlicher zu machen, diese Trennung, also Reproduktion in einem Wort, um diese absurde Trennung zwischen produktiven und unproduktiven oder reproduktiven Tätigkeiten aufzuheben und wegzukommen von der Profitorientierung. Die zentrale Frage, die sich aus dem Prinzip der Reproduktion und der Logik der Sorge ergibt, ist, was braucht es, damit für alle und für alles gesorgt ist. Die Logik der Sorge, dieses Moment der Reproduktion, wollen wir auch ausweiten auf unsere, also die Beziehung von uns als Gesellschaft zu Natur oder zu dem, was wir Natur nennen. In der imperialen Lebensweise ist die Natur immer äußerlich gedacht. Tote, stumme Materie, Rohstofflager und Mülldeponie, die nach Lieben manipuliert und ausgebeutet werden kann. Und wir alle wissen spätestens jetzt mit der Klimakrise, dass das nicht stimmt. Dass wir enger mit der Natur verflochten sind, als uns manchmal lieb ist. Und genau das gilt es aber stärker in den Fokus zu rücken. Unsere Umwelt ist nicht irgendwie getrennt von uns, sie ist eigentlich Mitwelt. Und es gibt unzählige Beziehungslinien, die uns mit ihr verweben. Gleichzeitig hat sie eine Eigendynamik, entzieht sich immer ein Stück weit unserer Kontrolle, während wir gleichzeitig auf sie angewiesen sind. Wir nennen das das Prinzip der Dependenz. Die zentrale Frage, die sich aus diesem Prinzip der Dependenz ergibt, ist, was heißt es, dass wir unsere nichtmenschliche Mitwelt nicht länger durch die Brille der Verwertungslogik zu betrachten, sondern ihren Eigenwert zuzugestehen und unsere vielfältige Angewiesenheit auf sie dieser gerecht zu werden. Und dann habe ich noch ein fünftes Prinzip, das ist das ganz rechts, das ist die Suffizienz. In der imperialen Lebensweise dominiert eine quantitative Steigerungslogik. Mehr ist besser. Demgegenüber betont das Prinzip der Suffizienz genug. Und dieses genug enthält zwei Aspekte, denn genug ist für viele Menschen auf dieser Welt ein bisher unerreichtes Versprechen. Eine Verheißung. Also genug für Erleben in Würde und in bezogener Freiheit. Gleichzeitig hebt dieses genug durchaus hervor, dass es gesellschaftliche Gruppen gibt, die über ihre Verhältnisse leben, deren ökologischer und sozialer Fußabdruck zu groß ist und die zu viele Privilegien in Anspruch nehmen und in Anspruch nehmen können. Suffizienz bedeutet vor dem Hintergrund also auch, dass diese Gruppen ihr Leben auf Kosten anderer aufgeben und damit deprivilegiert werden müssen. Dabei geht es uns nicht primär um Verzichtsdebatten. Unsere immer schnelleren und größeren Autos, unsere überquellenden Kühlschränke, die dichter getakteten Reisen zu immer ferneren Orten tragen schon längst nicht mehr zum menschlichen Wohlbefinden bei. Deshalb geht es uns auch nicht darum, die bestehenden Bedürfnisse mit einem geringeren Ressourcen-Energieaufwand zu befriedigen, sondern die Bedürfnisse selbst zu hinterfragen. Die zentrale Frage der Suffizienz lautet also, was brauchen wir für ein gutes Leben und wir können dieses gute Leben allen Menschen ermöglichen, ohne dabei unsere Mitwelt und die Biosphäre zu zerstören. Gemeinschaften, Demokratisierung, Sorgelogik und Reproduktion, Dependenz und Suffizienz. Das sind die Leitlinien, die wir für unsere Utopien des guten Lebens herausgearbeitet haben. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht noch recht abstrakt und deswegen würde ich es gerne mal an einem Beispiel veranschaulichen, weil was wir in dem Buch eigentlich vor allem gemacht haben, ist es in unterschiedlichen Bereichen im Bereich Ernährung, Mobilität, Sorge, Wohnen, Produktion, uns eben unzählige Projekte anzuschauen, die Dinge schon anders machen und in einem werde ich das jetzt mal sozusagen durchdeklinieren. Ich weiß nicht, wer von euch oder Ihnen weiß, was eine Solavie, eine solidarische Landwirtschaft ist. Ich arbeite in einer. Menschen tun sich da zusammen und zahlen einen monatlichen Festbetrag an eine lokale Gärtnerei oder einen lokalen Hof und bekommen dafür jede Woche anteilig die Ernte vom Acker. Oft arbeiten die Menschen, die diese Anteile zahlen, in den Stoßzeiten selbst den Betrieb mit, beteiligen sich an der Verwaltung und der Planung. Der erzeugende Betrieb erhält die Sicherheit, dass auch bei schlechter Ernte ein sicheres Auskommen möglich ist. In Bezug auf das Commoning, auf das Gemeinschaften, stellen eine Solavies die Frage nach der Kontrolle über den Boden. Wem gehört dieser Boden und wer entscheidet, was mit diesem Boden passiert? Ist der Boden Spekulationsobjekt oder für den Profit Einzelner oder etwas, das in demokratischer Kontrolle als Gemeingut vielen Menschen in Zukunft auch zur Verfügung stehen sollte? Gleichzeitig verwischen ja auch in den Solavies die Grenzen zwischen ProduzentInnen und KonsumentInnen. Menschen beteiligen sich an der Erzeugung der Güter, die sie für ihren täglichen Bedarf brauchen. In Bezug auf Demokratisierung sieht man an Solavies, dass die beteiligten Menschen mitentscheiden, was unter welchen Bedingungen angebaut wird. Aus Sicht der Sorgelogik geht es bei der Solavi im Optimalfall um das Erschaffen und Erhalten eines lebendigen Ökosystems und anstelle des Profits tritt der Anbau gesunder Lebensmittel. Ist das noch Produktion oder ist es schon Reproduktion? Aus Perspektive der Dependenz, das kann ich selber bestätigen von meiner Arbeit, kann das Mitarbeiten auf dem Acker ein neues Bewusstsein für ökologische Kreisläufe, für ökologische Beziehungsgefüge und Abhängigkeiten schaffen. Was macht eigentlich so ein Hitzesommer oder zwei so Hitzesommer mit unserer Mitwelt? Und aus Suffizienzperspektive befördert die Solavi ein Bewusstsein und eine Struktur für die regional saisonale Versorgung mit Lebensmitteln, für kurze Transportwege. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass sozusagen alles, was wir in der Solavi machen, irgendwie quasi schon perfekt ist und genau, da gibt es einen Haufen Probleme. Wer kann da teilhaben? Wer hat die zeitlichen Kapazitäten sich da einzubringen? Wer kann es sich leisten, auch wenn manche Solavis versuchen solidarische Bezahlmodelle zu fahren und so weiter. Da gibt es einen Haufen Probleme und trotzdem sehen wir da, wie diese Prinzipien vielleicht schon jetzt angewandt werden können und darüber hinaus können mithilfe dieser Prinzipien eben auch Leerstellen und Schwachpunkte aufgezeigt werden, wo man sagen kann, dann müssen wir als Solavis noch weiter arbeiten. Das war jetzt viel Input, ich habe viel geredet, deswegen würden wir jetzt kurz noch mal gerne was machen und zwar bitten wir sie einmal aufzustehen, sich einen neuen Platz zu suchen und mit den Menschen, die sie dann um sich haben, kurz darüber zu sprechen, was sie jetzt mitgenommen haben, ob Unklarheiten bestehen, offene Fragen oder Kritik. uns hat gerade die Info erreicht, dass unsere Grafik leider nicht so gut zu lesen ist, zumindest auf den hinteren Plätzen, als kleiner Trost, es wird jetzt wieder größer. Also, vom Leben auf Kosten anderer zum guten Leben für alle, wie machen wir das? Wie gelingt die sozial-ökologische Transformation? Denn sicher scheint, dass Transformation stattfindet und auch schon stattfinden muss und teilweise auch schon begonnen hat. Unklar bleibt dabei, welche Richtung Transformation, in welche Richtung Transformation verlaufen wird. der Gegenentwurf der solidarischen Lebensweise gibt eine Richtung vor, macht deutlich, dass es einen grundlegenden Wandel braucht, dass es um mehr geht, als um Verzicht und grünen Konsum, sondern darum, Vorstellungen des guten Lebens für alle zu finden und attraktiv zu machen. Die Transformation und Umsetzung der solidarischen Lebensweise muss dabei auf verschiedenen Ebenen stattfinden und durch verschiedene Strategien stattfinden. Wir haben drei verschiedene und zugleich miteinander verschränkte Aufgaben ausgemacht, die in Transformationsprozessen stattfinden müssen. Diese sind nicht zeitlich, in zeitlicher Abfolge gedacht, sondern verlaufen parallel. Dazu gehören unter anderem das Zurückdringen der imperialen Lebensweise, also Bewegungen, Projekte, Initiativen, die heute schon sagen, bis hierhin und nicht weiter. Also zum Beispiel die Klimagerechtigkeitsbewegung Ende Gelände, die durch ihre Proteste deutlich versucht, klarzumachen, dass der Kohleausbau nicht weitergehen kann und dabei damit sozusagen eine rote Linie für den Kohleausbau aufzeigt und versucht durch ihr Handeln die imperiale Lebensweise aufzuhalten, in ihre Ausbreitung und sogar zurückzudrängen. Gleichzeitig muss es darum gehen, solidarische Lebensweisen aufzubauen und auszuweiten. Dazu gehören Projekte wie das Mietshäuser Syndikat, Simon hat gerade schon von der solidarischen Landwirtschaft gesprochen Initiativen, Projekte, die meist in Nischen alternative Lebensweisen und Produktionsweisen ausprobieren, die damit aber auch erproben und erfahrbar machen und für andere zugänglich. Das ist eine weitere Strategie, die als Transformationsstrategie angesehen werden muss. Gleichzeitig darf es nicht dabei bleiben, dass alternative Lebensweisen in Nischen ausprobiert werden und erprobt werden, sondern es muss darum gehen, die auszuweiten und auch abzusichern. Denn einfach nur mehr Fahrrad fahren kann schnell wieder durch eine bestimmte Mode verdrängt werden. Deswegen geht es darum, solidarische Infrastrukturen zu bauen. Damit ist sowas gemeint wie Fahrradwege. Wenn Fahrradwege erst mal existieren, ist es eine Infrastruktur, die bestimmtes Verhalten fördert und damit auch solidarische alternative Lebensweisen fördert und nicht mehr so schnell verdrängt werden kann. Legt man diese drei Schritte über die drei Ebenen der Verankerung von Lebensweisen, die wir gerade bei der Empirean und bei der solidarischen Lebensweise gesehen haben, entsteht eine Transformations Matrix. Und in diese haben wir versucht, beispielhaft Projekte einzuordnen. Und hier können wir an Beispielen, an Projekten sehen, wie verschiedene Initiativen auf verschiedenen Ebenen, also Ebenen der Verankerung von Lebens- und Produktionsweisen mit verschiedenen Strategien versuchen, Transformation voranzutreiben. Und das ist eine kleine Auswahl, das ist jetzt relativ willkürlich, da könnte man auch noch ganz andere Projekte, Initiativen nennen, aber nur mal beispielhaft gesprochen, wenn wir uns angucken, in vielen Städten gibt es Critical Mass, das sind Fahrradfahrer, Fahrradfahrerinnen, die meistens einmal im Monat gemeinsam die Straße übernehmen und dabei sozusagen an der Alltagspraxis, an den mentalen Infrastrukturen, dass die Straße gehört den Autos ansetzen und diese Vorstellung infrage stellen und sagen nein, die Straße gehört auch uns und wir sind viele und durch diese Praxis, durch dieses Erlebarmachen von einer Praxis gemeinsam auch zumindest kann ich das aus Erfahrung sagen, ein Gefühl erzeugen von wir sind viele und wir können was bewirken und Critical Masses setzen sozusagen an der Strategie an die imperiale Lebensweise zurück zu drängen und hinterfragen Normalvorstellungen Gleichzeitig wirken viele Initiativen nicht nur da, wo wir sie jetzt eingeordnet haben, aber dennoch wollen wir einfach zeigen, dass es verschiedene Initiativen gibt, die auf verschiedenen Ebenen andocken und mit entsprechenden Strategien versuchen Transformation voranzubringen und dass wenn wir uns angucken wodurch Lebensweisen Produktionsweisen abgesichert werden dann das oft eben durch Gesetze passiert und dass wenn wir mal so ein Scan bezogen auf verschiedene Initiativen Projekte machen dass das oft auch noch eine Leerstelle ist also dass Alternativen erdacht und ausprobiert werden aber die Absicherung dann oft noch fehlt und damit die Alternativen eben auch oft noch auf wackeligen Beinen stehen an diesen Projekten wird jetzt deutlich dass sich schon im hier und jetzt Menschen zusammentun und Transformationsprozesse vorantreiben jenseits von ethischem Konsum versuchen Menschen hier mentale und materielle Infrastrukturen in Frage zu stellen zu verändern und politische Institutionen neu aufzubauen oder zu verändern die Matrix zeigt nur einen kleinen Ausschnitt wie ich gerade schon gesagt hat von Kämpfen um sozial-ökologische Transformation aber auch daran wird deutlich wie vielfältig die Formen der Beteiligung auf dem Weg hin zur solidarischen Lebensweise sind und dass Transformation an sehr vielen Stellen schon heute stattfinden stattfindet und auch stattfinden muss weil wir unsere Gesellschaft grundlegend umbauen müssen gleichzeitig kann die Breite an Kämpfen auch überfordern wo soll ich mich einbringen genau genau und in dem Kontext haben wir im ILA-Kollektiv in unserem Buch auf ein Konzept zurückgegriffen das wir für sehr nützlich halten für diese Arbeit und für die Auseinandersetzung mit dieser Frage okay in diesem ganzen riesen Chaos an Bewegungen Initiativen die es überall gibt und der begrenzten Zeit und den Ressourcen die mir zur Verfügung stehen was kann ich jetzt machen geht das und das Konzept ist dass der Frontline oder der Frontline Community entstanden ein Begriff das war als versucht wurde eine Ölpipeline durch das Territorium indigener Gemeinschaften zu verlegen und die sich da sehr massiv dagegen gewehrt haben und das wie man auf diesem Bild sieht sehr stark niedergeschlagen wurde die Idee der Frontline ist dass wir also wir alle sind in irgendeiner Form wenn auch sehr unterschiedlich und sehr ungleich von der imperialen Logik und von imperialer Lebensweise betroffen und die Idee der Frontline ist zu gucken wo sind diese Betroffen und dann zu sagen ich mache diese persönliche Betroffenheit zum Ausgangspunkt meiner politischen Arbeit also ich setze mich nicht für andere ein sondern ich setze mich da ein wo ich ganz persönlich betroffen bin und wir würden das gerne mal ausprobieren mit Ihnen also es ist wieder mal so ein kleines Element wo wir Sie einladen möchten mit uns gemeinsam nachzudenken oder in Kleingruppen nachzudenken und wir haben ein paar Fragen mitgebracht und auch jetzt wieder setzen Sie sich gern mit Ihrer Nachbarin Ihrem Nachbar zusammen und diskutieren Sie die Fragen wie bist du wie sind sie und wie ist dein Umfeld ihr Umfeld von der imperialen Lebensweise betroffen wo und wie kannst du können sie sich politisch organisieren um etwas zu verändern und wie kannst du wie können sie sich mit anderen Menschen und anderen Frontlines zusammenschließen um die sozial-ökologische Transformation voranzutreiben frohes diskutieren Ich kann Ihnen gerne noch welche geben dieses Ding von vielleicht bin ich von steigenden Mieten betroffen also weil ich merke oh fuck meine Wohnung wird Jahr zu Jahr teurer und ich kann mir das nicht mehr leisten vielleicht bin ich davon dann wäre das ein guter Ansatzpunkt vielleicht merke ich dass mich das Thema irgendwie Versorgung im Alter beschäftigt und ich nicht weiß wie ich irgendwie über die Runden kommen soll dann ist das vielleicht also die Auseinandersetzung um solidarisches Altern ein richtiger Punkt vielleicht habe ich keinen guten öffentlichen Nahverkehr vor der Haustür und bin sozusagen auf das Auto angewiesen finde das aber scheiße und so weiter und so fort das kann sehr viele Möglichkeiten geben Luftverschmutzung Umweltverschmutzung die Frage von wie wirkt die Imperial Lebensweise in unseren in ihren Alltag hinein ist das klar geworden dann froh zu diskutieren und gerne jetzt noch mal mit Menschen sprechen mit denen sie noch nicht gesprochen haben mal nach vorne oder hinten gucken nehmen sie nehmt ihr diese Fragen und das was gerade besprochen wurde gerne mit nach Hause und überlegt noch mal in Ruhe für euch welche Rolle ihr in Transformationsprozessen spielen wollt und auch könnt um jetzt noch mal den Bogen zu schließen zum Anfang möchten wir noch mal auf die Relevanz von Erzählungen und Ereignissen und den damit verbundenen Politiken eingehen Menschen sind Geschichten erzählende Wesen und die Geschichten die wir uns erzählen haben weitreichende Konsequenzen dafür wie wir uns selbst sehen uns in der Welt bewegen und unseren Platz in dieser wahrnehmen auch auf politischer Ebene sind Erzählungen wirkmächtige Instrumente die den Rahmen des politisch Machbaren abstecken Erzählungen eröffnen Möglichkeiten Räume oder verbergen sie der Blick in die täglichen Nachrichten zeigt dass gerade vor allem zwei Arten von Erzählungen dominieren die eine Erzählung ist die Business as usual alles bleibt wie gehabt grünes Wachstum ökologische Modernisierung Elektroautos für alle alles eigentlich wie gewohnt nur eben A++ und die andere auch die kennen sie sicherlich sehr gut ist die des es ist eh alles längst zu spät Hollywood ist voll mit diesen Geschichten in denen der Weltuntergang in letzter Sekunde noch abgewendet wird meistens von Männern oder eben nur eine kleine Elite dem Desaster entgeht und wahrscheinlich auf dem Mond ein neues Leben beginnt beide Erzählungen sind Teil dessen was der britische Kulturhistoriker Mark Fischer als kapitalistischen Realismus bezeichnet es ist leichter sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus für die sozialökologische Transformation ist die Dominanz dieser Vorstellung ein denkbar schlechter Ausgangspunkt wenn wir da vom grundlegenden Umbau unserer Lebens- und Produktionsweisen sprechen klingt das doch einfach nur utopisch und unmöglich und gleichzeitig das haben wir oder das vielleicht jetzt noch nicht so deutlich geworden aber auch das was wir gerade hier gemacht haben ist eine Erzählung und mit der solidarischen Lebensweise wollen wir eine andere Erzählung in die Welt geben denn die Geschichte zeigt dass das was zuvor als utopisch erschien manchmal dann doch auf einmal Realität wurde das Unvorstellbare wurde normal es gab eine Zeit in der war der Besitz von Sklaven Realität und ich hätte wahrscheinlich nicht hier gestanden und wenn ich hier stehen würde würde mir wahrscheinlich niemand zuhören und damit wollen wir sagen dass gesellschaftliche Normalvorstellungen veränderbar sind und das kann manchmal sehr schnell gehen Dinge die jetzt noch unvorstellbar sind können in zehn Jahren schon Normalität stellen wir haben da unten hingeschrieben das ist vielleicht nicht wer sagt dass wir nicht eines Tages über Industriale Tierhaltung oder den Besitz von SUVs so denken und fühlen wie wir heute über Sklaverei denken oder fühlen das Infragestellen von Gewohnten passiert aber nicht von alleine und die Verschiebung von Normalität ebenso wenig das sind Folgen von politischen Auseinandersetzungen kämpfen von Aushandlungsprozessen und die werden von Menschen geführt von uns und wir alle sind irgendwie Teil von Erzählungen das heißt wenn wir keine eigenen Geschichten erzählen machen das andere für uns und deswegen wollen wir euch und ihnen zum Abschluss dieses Abends eine letzte Frage mitgeben was wirst du erzählen was werden sie erzählen wenn sie in 20 Jahren gefragt werden was sie damals gemacht haben als der Regenwald brannte Menschen im Mittelmeer ertranken und Tiere in Fabriken gehalten wurden und mit dieser Frage wollen wir sie in den Armen entlassen mit dem einen Gedanken oder der Einladung das was wir auch mit unserem Buch versuchen lassen sie uns dafür sorgen dass wir Geschichten erzählen und erzählen können die wir gern erzählen lasst uns Geschichten erzählen die uns und andere inspirieren die Hoffnung machen Geschichten die uns dazu befähigen uns Alternativen vorzustellen denn in dieser Fähigkeit sich vorstellen zu können dass die Dinge auch ganz anders sein könnten darin liegt der erste Schritt um solidarische Alternativen lebendig werden zu lassen vielen Dank Wir haben noch ungefähr 20 Minuten Zeit für Fragen und eine kurze Diskussion und bevor wir damit beginnen eine Bitte von uns Wir würden gerne den Raum jetzt nicht dafür nutzen weitere Kurzvorträge zu hören sondern wirklich konkret gestellte Fragen Impulse reinzugeben also bitte versuchen sie sich kurz zu fassen in ihren Fragen und Anmerkungen Hi erst mal vielen Dank geiler Vortrag ganz kurz gesagt ich bin ein sehr introvertierter Mensch ich habe mich über eine Solavie informiert und das hat mich total eingeschüchtert weil man da Verpflichtungen eingeht und mit Menschen reden muss die man nicht kennt und so weiter wo haben introvertierte Menschen wie ich Platz in einer solidarischen Lebensweise Dankeschön wir würden so noch zwei weitere Fragen sammeln und dann gebündelt beantworten Ok guten Abend Dankeschön Kleiner Hinweis Ende dieses Monats findet in Leipzig der Chaos Communication Kongress statt und wenn man gucken will welche Utopien es im Bereich der Digitalisierung gibt dann sollte man da mal einen Blick drauf werfen Ja hallo ich fand den Vortrag auch sehr schön ich bin ja schon ein bisschen älter und habe irgendwie vor 40 Jahren schon diskutiert und frage mich und frage jetzt auch euch was denn heute anders ist als vor 40 Jahren also ich habe das Gefühl die Diskussionen wiederholen sich also damals hat auch Veronika Benhold Thompson und Maria Mies so aus der Welt und Frauen Bewegung schon die Frage gestellt wir leben auf Kosten anderer man nannte das noch nicht imperial Lebensweise aber es war im Prinzip die gleiche Diskussion und ich bin inzwischen ein bisschen desillusioniert was sich tatsächlich ändern kann und wie wir das noch angehen können und wenn ich noch ein paar Hinweise kriegte wäre ich sehr dankbar noch weitere oder vielleicht noch eine weil wir haben das eine bei ja vielen Dank toller Vortrag nehmen viele Anregungen mit würde einhaken nochmal an der Frage wie gelingt Transformation da war die Rede so als wir eine Vorstellung des guten Lebens für alle zu finden und das mit dem wir finde ich immer äußerst tricky weil letztlich geht es da um Verteilungskämpfe es geht darum Privilegien abzuschaffen wegzunehmen und ja das ist schon eine andere Liga als irgendwie mal mich mit anderen zu verbünden und ein Soli-Projekt machen ja vielleicht fange ich hinten an also das wir ist auf jeden Fall eine wichtige Frage und wir haben wir als Ilau Kollektiv haben in unserem Buch auch lange darüber gesprochen von wem wir eigentlich sprechen und wessen Lebensweise wir da beschreiben und dass wir schon auch immer dazu sagen müssen und das steht auch in unserem Buch wir sind ein ziemlich weißer akademischer städtischer Haufen also unsere Perspektive ist eine ganz bestimmte und das muss immer wieder klar gemacht werden und wir können nicht für alle sprechen deswegen eigentlich geht es auch nicht um die solidarische Lebensweise sondern um solidarische Lebensweisen also da auch ein Plural von Lebensweisen die im Aufbau sind oder existieren und gleichzeitig habe ich gerade den Faden verloren und ich würde natürlich dann trotzdem sagen dass sie recht haben also es geht nicht darum zu sagen okay wir finden jetzt so eine kuschelerzählung und der können alle zustimmen sondern also auch die Art und Weise wie solche Erzählungen etabliert werden sind politische Auseinandersetzungen also um die Deutungshoheit wird genauso gerungen wie um den Ausbau einer Autobahn gerungen wird und das auch als eine Form von politische Auseinandersetzungen zu begreifen würde ich das sagen ich habe den Faden wieder also das ist vielleicht auch ein zentraler Punkt für Alternativen und alternative Lebensweisen dass Konflikte und verschiedene Interessen darin existieren also wir werden nicht irgendwann in einer solidarischen Lebensweise leben und alle die gleichen Interessen haben sondern solidarische Lebensweisen auch von Konflikten und Auseinandersetzungen geprägt verstehen aber eine Fähigkeit gelernt zu haben mit diesen Auseinandersetzungen und diesen Aushandlungen auch produktiv und nicht gewaltförmig umzugehen Dann würde ich gerne zu dieser Frage von Ihnen was sagen was ist anders ehrlich gesagt also da ich damals noch nicht in politischen Debatten unterwegs bin kann ich das nicht sagen das müssten wahrscheinlich am ehesten Sie beurteilen ich interpretiere die Frage jetzt aber mal so ein bisschen ja Mist ist da wenn das damals nicht geklappt hat warum soll es heute klappen und auch ich glaube wenn Sie mit Leuten aus dem Ida-Kollektiv reden würden dann wäre da mindestens genauso oft totale also wir trauern uns geht es scheiße wir sind frustriert das ist also nur weil wir das geschrieben haben heißt es nicht dass wir denken würden ja geil das mit der sozial-ökologischen Transformation klappt auf jeden Fall ich würde sagen einerseits hat diese Frustration und das Trauern um all das was nicht klappt und was gerade kaputt geht und zerstört wird einen ganz wichtigen Bestandteil oder sollte einen ganz wichtigen Bestandteil haben also sich nicht vor dem zu drücken was da an Schmerz und Frust gerade kommt weil es ist schlimm so sich das auch einzugestehen und ich würde aber sagen das ist vielleicht meine Hoffnung dass einfach die Zeiten sich ändern also ich erinnere mich noch dass es eine Zeit in meiner Jugend gab da war das Wort Kapitalismus quasi Schimpfwort und auf einmal reden aber alle wieder darum und die Art und Weise wie sich Krisen gerade zuspitzen ist einerseits ein Grund für große Sorge und gleichzeitig eine Chance weil ganz viel gerade aufbricht und auseinanderbricht also Dinge die wie gesagt gestern noch normal waren sind es vielleicht morgen schon nicht mehr und darin liegt eine Chance also wir hoffen einfach dass wir mit unseren Erzählungen mit unseren Vorstellungen in sich aufbrechende Zwischenräume rein agieren können ob das stimmt das wissen wir genauso wenig und da würde ich gerne noch ergänzen dass ich manchmal so ein bisschen die Gefahr sehe dass es so eine Spaltung gibt gerade zwischen Generationen in diesem Kontext von Bewusstsein über es muss sich etwas ändern die ältere Generation die also zumindest mache ich die Erfahrung uns vorwirft naja ihr seid halt irgendwie jung und naiv und werdet erst mal 60 dann seid ihr genauso desillusioniert wie wir und wir die vielleicht den Älteren vorwerfen hä was habt ihr denn eigentlich die letzten 30 Jahre gemacht also und dass darin aber eine Gefahr besteht also diese also wir würde ich jetzt sagen wir als junge Generation können doch von ihnen lernen von den Erfahrungen die sie gemacht haben warum es vielleicht auch nicht geklappt hat und es ist ja nichts passiert in den letzten 30 Jahren und da eher dran anzuknüpfen als zu sagen wir haben es nicht hingekriegt warum solltet ihr es denn hinkriegen also da einfach auch so Allianzen schmieden und nicht zu sagen funktioniert halt nicht und dann noch was zu dieser Frage mit dem introvertierten menschen die ich sehr schön finde und auch nicht so leicht zu beantworten ich kenne dich ich kenne sie jetzt nicht so besonders gut und trotzdem habe ich das Gefühl dass auch als introverte introvertierte person du ganz viel fähigkeiten mitbringst die irgendwie total wertvoll und wichtig sein können ohne dass ich dir jetzt klar beschreiben könnte wo der Ort dafür sein könnte aber als ein gedanke der mir gerade kam das werden viele von ihnen nicht mitbekommen haben aber als die klimagerechtigkeitsbewegung in der zeit nach den Hambi gegründet die sich unter dem titel ich weiß nicht woher der kam Aktion Zähneputzen zusammengefunden hat mit der Sage wir schaffen Rückzugsräume für Aktivisties wir sind Menschen wir leben in Kommunen in WGs in anderen Räumen wir sind aus welchen Gründen auch immer weil wir körperlich nicht mehr in der Lage sind wir können nicht mehr in den Hambacher Wald fahren aber wir haben Räume zur Verfügung kommt zu uns macht hier Regenerationszeit und ihr könnt zwei Wochen vier Wochen den Winter über hier bei uns sein und diese Struktur hinter dem was wir bei Aktivismus ganz oft wahrnehmen das sind die krassen Leute die in die Blockade gehen und das ganze Pfefferspray einsacken die kriegen den ganzen Fame aber dass die eigentlich nur das machen können weil es hinter denen ganz ganz viele Menschen gibt in der Logistik in der psychosozialen Betreuung die dafür sorgen dass diese Menschen überhaupt in der Lage sind das zu machen das gerät oft aus dem Blick aber das ist meines Erachtens eine Stärke zum Beispiel der Klimagerechtigkeitsbewegung und ich glaube gerade wenn man sich diesen reproduktiven Teil anschaut dann kann man da ganz arg viele Orte finden wo auch Menschen die vielleicht nicht so krass den Bock haben jetzt irgendwie in riesen Demos mitzulatschen oder was weiß ich ihren Platz finden können kannst du damit was anfangen schade ich mache mal Fragen hier hinten gehen wir mal da hinten ja ich möchte Ihnen auch danken für den guten Vortrag aber ich denke wenn wir über die imperiale Lebensweise sprechen und Sie haben selber gefragt mehrmals woher kommt das dass wir diese Lebensweise haben und sehr sehr schwer davon wegkommen das können wir nicht trennen von unserem Wirtschaftssystem Wirtschaftssystem aber das sagen wir Sie haben aber genau das sagen wir ja aber das kam mir nicht so klar raus gucken Sie mal Sie haben viel über Suffizienz gesprochen ja so die Genugsamkeit ist normalerweise eine Tugend aber jetzt würde das als Konsumboykott bezeichnet das heißt die Inlandsnachfrage ja ein ganz ganz wichtiger Faktor absolut ich unterbreche Sie jetzt einmal oder also wenn es Ihnen um die Frage das Wirtschaftssystem geht und auch das was ich gerade gehört wir reden nicht über Kapitalismus ich verstehe sozusagen ja und was ich jetzt in der letzten Frage was ich meinen Enkelkindern versuche herbeizubringen ich sage wir haben den Fehler gemacht dass wir uns dem Wirtschaftssystem gebeugt haben macht das nicht stellt das Wirtschaftssystem als junge Menschen in Frage ich gehöre zu den älteren mit 77 und ich weiß dass wir viele viele Fehler gemacht haben in unserer Generation wir haben genutzt was nutzbar war ohne ausreichend an die kommenden Generationen zu denken ok Dankeschön vielleicht als Klarstellung das war es ist vielleicht nicht ganz deutlich geworden dann wäre das schade aber wenn wir von der imperialen Lebensweise reden dann reden wir von der imperialen Lebens- und Produktionsweise also die Art und Weise wie in dieser Welt Güter hergestellt verteilt und konsumiert werden der Untertitel des grundlegenden Buches die imperialen Lebensweise da kommt auf jeden Fall das Wort Kapitalismus sehr zentral vor ich weiß gerade den Untertitel nicht mehr aber was das Konzept der imperialen Lebensweise leistet ist nicht auf so einer abstrakten Kapitalismuskritik stehen zu bleiben sondern zu sagen wie wirken kapitalistische Strukturen in unseren Alltag hier rein und wie sind sie in unserem Alltag verankert der Punkt ist ja also viele Menschen das ist genau das was wir mit Alltagsebenen meinen viele Menschen finden SUVs geil es hat einen Grund die sind nicht geboren worden dass sie SUVs geil finden und so weiter also diese ganzen Fragen von Akkumulationsprozessen und so weiter die da im Hintergrund abspielen die sind absolut zentral das heißt wenn es darum geht materielle Infrastrukturen zurückzudrängen und neue aufzubauen dann geht es auch ganz gezielt darum ökonomische Strukturen zu verändern also genau darum würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen als Soda wie Gärtner genau das versuchen wir da also meine Kritik an einem industrialisierten Agrarkapitalismus ist wahrscheinlich ähnlich wie Ihre und da zu sagen das ist die Alternative und das wäre auch meine Antwort auf Ihre Frage zu sagen voll wir müssen grundlegend anders darüber nachdenken und auch praktizieren wie wir unsere grundlegenden menschlichen Bedürfnisse verwirklichen können und gleichzeitig ist es natürlich einfach zu sagen dass wir uns alle dem Wirtschaftssystem nicht beugen sollen weil das macht ja die imperiale Lebensweise so klar dass es eben nicht möglich ist da zu entkommen und das ist deswegen also gerade im Kontext von Arbeitsverhältnissen wir sind alle eingebunden in Strukturen weil wir unsere Miete zahlen müssen weil wir bestimmte Grundbedürfnisse haben und die leider momentan einfach über den Markt erfüllt werden und deswegen ist unser Ansatz nicht zu sagen hey beug dich dem nicht sondern hey tu dich mit anderen zusammen und geh gegen diese Logik vor und zeig okay es gibt andere Formen Wirtschaft zu organisieren und das wird praktiziert im Kleinen jetzt machen wir erst noch hinten noch eine Frage eine und dann gehe ich wieder nach vorne ja erstmal ganz vielen Dank für den tollen Vortrag und ich möchte an das anknüpfen was eben gerade gesagt wurde Thema Wirtschaftssystem ich finde ihr habt sehr gut entwickelt dass es jetzt schon Alternativen gibt wie Solavi und viele andere kleine mittelgroße Initiativen die Gemeinwohlorientierung und Kooperation leben als Gegenmodell zu den Grundprinzipien des Kapitalismus Profitorientierung und Konkurrenz wo ihr aber finde ich noch relativ schwach bleibt und das ist das wo alles was ich bisher gelesen habe relativ vage bleibt ist wie kann man ein Wirtschaftssystem aufbauen was als ganzes Wirtschaftssystem auf den Prinzipien Gemeinwohlorientierung und Kooperation fußt anstatt auf den kapitalistischen Prinzipien Konkurrenz und Profitorientierung das finde ich ist eine zentrale Frage auf die ich auch keine Antwort habe wir sammeln nochmal ja mich würde mal interessieren also vielen Dank auch toller Vortrag und so weiter mich würde mich würde interessieren wie wäre denn die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens als Schritt dahin eine Frage ja ich freue mich ja erstmal dass vergleichsweise junge Leute sich heute mit solchen Themen beschäftigen das ist ja auch eine gewisse Masse zu geben scheint was die Allianz betrifft mit den Älteren ja wir haben viele Erfahrungen gemacht und das was ihr predigt danke für die Vorrede das was ihr predigt das machen wir seit 30 40 Jahren mit genau null Erfolg ja das sind das sind Nischenprojekte die irgendwo ein paar Leuten das Leben schöner machen die aber gesellschaftlich gesehen überhaupt keine Wirkung haben und nach so langer Zeit kann man sich ja vielleicht mal überlegen ob das die richtigen Ansätze sind und das wäre und da könnt ihr auch mal gucken was wir in den 70er und 80er Jahren gemacht haben das war nämlich gar nicht so schlecht und ging deutlich weiter als das was ihr gerade hervorgetragen habt so jetzt bin ich auch nochmal dran vielen Dank vielen Dank auch für den tollen Vortrag ich möchte nochmal eine Idee dazu beisteuern mit der ich mich viel beschäftige wie können wir solche Anerkennungspraktiken denn verändern also es darf nicht mehr schick sein ein SUV zu fahren ich muss mich schämen wenn ich einen Einmalbecher mit Kaffee in der Hand habe ich war jetzt neulich beim Orthopädischuhmacher und habe gesagt wie können sie mir eigentlich so eine Plastikeinlage verkaufen die aus Kompaktmaterial besteht was man nicht zurückführen kann in die ursprünglichen Ausgangsstoffe und dann sagt er mir doch sie sind die Erste die das fragt und dann frage ich mich warum das müssten wir alle bei allem was wir kaufen machen immer ständig ja also Anerkennungs Anerkennungsfähigkeit von diesen Ideen das liegt mir am Herzen ich weiß aber auch nicht wie und ich habe auch schon gekämpft in den 80er Jahren ich fange mal mit auch wieder von hinten an mit den Anerkennungspraktiken also die Frage ist ja immer warum versuchen wir darüber Anerkennung zu finden also über Konsumgüter und nicht über andere Beziehungsweisen über andere soziale miteinander in Kontakt sein und so weiter und ich glaube dass da ein zentraler Punkt ist dass oft die Erfahrungswerte fehlen also wie ich Anerkennung bekomme statt über Konsum und dass dafür sozusagen die Räume in denen das stattfindet sehr sehr klein geworden sind und wenn wir uns überlegen wie Schule funktioniert wie ja der ganze Bildungskontext organisiert das ist Konkurrenz und Leistungsdruck und dann belohne ich mich dafür dass ich jetzt hier eine gute Note geschrieben habe in dem ich mir dann habe ich mir aber auch die Dienst echt verdient also das ist ja eine Logik die total absurd ist und deswegen kann es nicht nur darum gehen also natürlich ist es ein wichtiger Teil das in Frage zu stellen in der konkreten Situation aber letztendlich müssen die Narrative darum in Frage gestellt werden und ja also so ein richtiger so ein richtiges eine richtige Lösung können wir dafür nicht bieten sondern das ist ein Baustein in Transformationsprozessen und gleichzeitig würde ich gerne in Bezug auf die Anerkennungspraktiken nochmal eine andere Form von Anerkennungspraktiken thematisieren und zwar die zwischen den Generationen also sie sagen sie haben das in den 70ern schon gemacht also das das wissen wir auf eine Art also wir kennen die Debatten und viele unserer Konturen unser Prinzipien docken ja auch daran an wir sagen ja nicht wir haben hier gerade was Neues erfunden und das ist jetzt was ganz anderes sondern wir greifen ganz viel davon auf und gleichzeitig störe ich mich ziemlich an diesem Narrativ von jetzt macht mal also weil natürlich sind wir dran und wir wollen was bewegen aber warum sind sie nicht mehr dran genau ich würde ja also ich würde da gerne dran anknüpfen und also mir geht es auch darum zu sagen ich kann mir gut von dem wenigen was ich weiß an sagen linken Bewegungspraktiken in den 70ern und 80ern so da ist einerseits super viel gewesen und gleichzeitig war ja das wissen sie alle besser als ich die globale politische Entwicklung einfach eine entgegengesetzte und ich glaube das auch anzuerkennen dass die gesellschaftliche Linke da auf verlorenen Posten gekämpft hat aus ganz vielen zeithistorischen Gründen das ist super wichtig und genau wie Nira gesagt hat würde ich sagen viele von den Ideen also wir bauen auf der Arbeit auf und unser Gefühl ist das was sich vielleicht verändert hat oder auf Fuß unserer Hoffnung ist die Zeit also dass vielleicht jetzt aufgrund von den sich zuspitzenden Krisen des Bröckeln der Hegemonie des Neoliberalismus und so weiter vielleicht eine neue Chance ist bestimmte progressive solidarische emanzipatorische Projekte durchzusetzen und dann auch die Einladung ich weiß nicht in welcher Form sie aktiv waren aber zu sagen es gibt die die Bewegungen die gerade an allen möglichen Orten unterwegs sind wir vom IDA-Kollektiv die jetzt gerade hier sind Tobias der auch hinten sitzt wir sind alle zum Beispiel in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv und wo ich sagen würde da ist eine unglaubliche Dynamik gerade da das heißt nicht dass also zum Beispiel wenn man sich den Bereich Abschiebung Flucht Migration anguckt da ist gerade da sind die Leute auch alle ausgebrannt und fertig es ist nicht so dass wir nur am Gewinnen wären aber zumindest in dem Bereich merken wir dass da der Druck wächst dass die Mobilisierung wächst dass unglaublich viele junge Leute da reinströmen und da wäre es doch geil wenn da Leute mit Erfahrung sagen hey ich habe hier irgendwie was zu bieten und ich beteilige mich in diesen Bewegungsprozessen weil genau das ist doch cool deswegen genau kommt in die Bewegung macht mit bringt euch einen und gleichzeitig hat sich natürlich die Zeit verändert im Sinne von ich glaube wir arbeiten in unseren Kontexten nicht mehr so wie sie in den 70er Jahren also an Redeverhalten an Achtsamkeit wer wie dran kommt welche Stimmen das ist glaube ich was anderes geworden und dass es deswegen nicht sein kann dass sie mit ihren Erfahrungen jetzt kommen und sagen jetzt hört uns mal zu wir haben die Erfahrung gemacht sondern dass es ein Miteinander geben muss und nicht ein Belehrer und dann gab es am Anfang noch die Frage nach dem Wirtschaftssystem und dem Aufbau eines ganzen solidarischen Wirtschaftssystem ja und wir denken das anders also wir denken das nicht von so einem Top Down und das ist der Masterplan für das globale Wirtschaftssystem was solidarisch ist sondern wir denken das eher so bottom up also so wie entstehen solidarische Wirtschaftspraktiken wie können die miteinander verwoben werden und was entspinnt sich daraus und ich also wir glauben dass es liegt eine Gefahr da drin zu sagen okay und das ist übrigens der Plan und jetzt müssen wir nur noch den Weg dahin finden und im Anschluss daran würde ich sagen also das ist das was wir in diesem zweiten Buch das gute Leben für alle in großen Teilen machen dass wir uns eben diese verschiedenen Lebensbereiche anschauen Ernährung Mobilität Wohnen und genau schauen welche Projekte schaffen denn oder versuchen denn da gerade Praktiken Institutionen Organisationsformen und so weiter in die Welt zu bringen die eben nicht auf Konkurrenz und Profit sondern auf genau wie Sie gesagt haben auf Kooperation auf ein solidarisches Miteinander ausgerichtet sind und da gibt es extrem viel und die Frage ist eben dann und das ist genau diese Frage der Transformationsschritte wie können diese Praktiken diese Projekte ausgeweitet werden wie können die sich verbreiten wie können wir die absichern wie können wir die verallgemeinern und sozusagen zum neuen normal machen aber das sind genau die Auseinandersetzungen dafür haben wir auch keinen Masterplan sondern das ist das was jetzt und in den nächsten Jahren Jahrzehnten in politischen Auseinandersetzungen entschieden werden wird und was auch noch ein zentraler Punkt ist die Alternativen die wir uns angeguckt haben in verschiedenen Gesellschaftsbereichen da wird auf eine Art auch eine Trennung aufgehoben zwischen und das ist Politik und das ist Wirtschaft und dann haben wir hier noch das Sorgesystem sondern Wirtschaft wird einfach also in anderen Strukturen verhandelt und deswegen genau wir sprechen an der einen Stelle auch davon wir müssen sozusagen die Sorgelogik ins Zentrum von gesellschaftlicher Organisation stellen und nicht den Markt und wenn wir diese Logik als Ausgangspunkt von gesellschaftlicher Organisation denken dann verändert sich dadurch auch Wirtschaft und dadurch die bestehenden Strukturen mit Blick auf die Zeit würde ich sagen noch zwei Fragen Grundeinkommen war noch ja stimmt sorry danke wir haben in unserem Buch so eine ein Teil zu Makroalternativen also was sind sozusagen Rahmenbedingungen die gesamtgesellschaftlich global schon gedacht werden und die eine Voraussetzung dafür darstellen damit Alternativen eben nicht nur in der Nische bleiben und da gehört das bedingungslose Grundeinkommen auf jeden Fall dazu also die genaue Ausgestaltung davon ist dann eine zweite wichtige Frage aber erstmal der Gedanke davon spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle für die solidarische Lebensweise so noch zwei Fragen habt ihr gesagt dann habe ich hier eine erste danke ja ich komme noch mal ganz kurz auf diese Frage der Generationen Solidarität zurück weil ich glaube dieses Konzept was ich daran gut finde ist wirklich dass es ganz viele praktische Ansätze gibt also deswegen finde ich auch super die Art wie ihr euch darüber Gedanken macht und ich glaube auch da gibt es einen Unterschied zu der Art wie die ältere Generation zu der ich auch noch gehöre so sich Gedanken gemacht hat also da gibt es schon einen Unterschied ich glaube das wird auf ganz große Widerstände stoßen und zwar gerade auf dem Land wo zum Beispiel sehr sehr viele konservative Menschen leben und deswegen finde ich diesen Punkt der Solidarität unter den Generationen total wichtig und der kanadische Wissenschaftsjournalist David Suzuki der sagt in seinen Vorträgen immer dass die die Alten doch bitte ihr ganzes Gewicht in die Waagschale werfen sollen ja also nach dem Motto also er sagt das dann ich bin alt ich bin Rentner ich bin abgesichert was habe ich denn zu verlieren wenn ich mit euch kämpfe und ich glaube das wird ganz wichtig werden weil es Probleme geben wird bei dieser Umwandlung der Gesellschaft davon ist auszugehen ich möchte euch gerne eine Art Feedback geben ich muss sagen bei eurem Vortrag hatte ich lange das Gefühl das sind zwei Referendare die in der neunten Klasse eine Unterrichtsstunde machen aber was ich was ich danach erlebt habe das Gespräch das wir jetzt miteinander haben das hat Energie und da ist Power drin und deshalb denke ich solche Diskussionen miteinander die sollten wir viel viel öfter führen ihr wollt noch antworten und danach wird noch mein Kollege ein bisschen was sagen ja also erstmal danke für den Hinweis in Bezug auf die also ich habe das als Hinder verstanden genau und zu dem Feedback auch dafür vielen Dank ich würde einfach mal sagen ja wir machen Dinge anders und auch wenn das bei manchen wie auf neute Klasse Niveau früher kommt dann ist das eben unser Zugang gerade sehr sehr gut genau genau und ich würde gerne also ich finde das auch schön weil man muss einfach auch sagen ich glaube es ist das erste Mal für uns beide dass wir vor einem Publikum referieren das so viel älter ist als wir wir einfach viel auch in unseren kreis wir sind einfach auch in unserer bubble und das heißt die Fragen die hier jetzt aufkommen sind für mich auch irgendwie voll wertvoll und ich kann da sehr viel mitgehen weil genau dieses Ding von wie finden wir die Anschlüsse wie können wir miteinander in Dialog treten ohne dass eben genau also weil ich glaube es gibt in der jüngeren Generation einfach auch viel die Erfahrung mit so Altlinken die einen total vollonkeln und einem immer davon erzählen und dann sagen wir halt immer okay Boomer und dann ist halt vorbei und dann und da zu fragen wie kann das gehen und ich weiß aber auch von Leuten die also zum Beispiel vielleicht auch das als eine Möglichkeit das mal kennenzulernen wenn sie da noch nicht Berührungspunkte hatten aufs Klimacamp zu kommen und auf die Klimacamps also die Räume kennenzulernen in denen unsere Generationen gerade Politik versuchen oder Bewegungspolitik machen und auch mal zu also ich weiß aus Gesprächen mit Leuten ihrer Generation die halt sagen oh krass das ist irgendwie ganz schön anders wie das hier passiert das ist irgendwie ungewohnt und ich glaube aus dieser beidseitigen Verunsicherung die dann vielleicht auch aus dem Kontakt kommt weil genau also für mich ist natürlich auch verunsichern zu merken ja krass voll viel von den Ideen die ich gerade so richtig geil finde und denke das ist voll neu die haben sie alle vor 30 Jahren schon mal gedacht und aus dieser beidseitigen Verunsicherung vielleicht zu gucken wie können wir damit konstruktiv und irgendwie solidarisch umgehen und wie können wir miteinander handlungsfähig werden und ich glaube so gestalten wir Gesellschaft neu so gestalten wir und ich glaube